PSN-Freundeslisten-Video PSN-Freundeslisten-Spezial versprochen Und zu meinem Wort, dazu stehe ich wie Oskar Ich werde euch jetzt meinen Nachrichteneingang zeigen, den ich euch versprochen habe Zum Beispiel Pixelalp schreibt gerade, woher hast du The Walking Dead Survival? Das habe ich aus Mediamarkt gekauft, für ungefähr 60 Euro Pixelalp hat mir eine Spieleinladung geschickt und er hat Rewoodie25 geschickt Ich grüße nochmal seinen ganzen Clan Kommst du BlackAus2, ja irgendwann mal, wenn mal Internet wieder funktioniert XXLars, schreib mir Hi Hi Florian PopoSex, schreib MontanaBlack88 Oh, was, gucken wir mal hier MontanaBlack88 YouTube MontanaBlack88 Richtig cooler Typ Moin Moin und Sief Moin Moin an alle Hi, hab dich abonniert und könntest du für mich einen löschen, bitte Hi, bin ein Fan und Freundesanfrage hat mir jemand geschickt Und, oh, jo, Dr. The Don, neues Video, bitte anschaue, positive Werten und Komi wäre nett, bei negative Wertungen Bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare Jo, werde ich mir auf jeden Fall gleich mal reinziehen Wenn du mal ein Lesbein machst, sag mir mal Bescheid Jo, klar, mach ich auf jeden Fall Und jetzt kommen wir mal zu meiner PSN-Freundeslisten-Video Hier haben wir Alex Guckehex Lieber Alex Guckehex, wenn du dieses Video siehst Wir werden das Skype-Gespräch am Mittwoch machen Weil ich heute nur noch hier ein bisschen rumscrolle, ein bisschen zocke Und Skype hab ich jetzt zur Zeit keine Lust zu Aber das machen wir alles Mittwoch, würde ich sagen Jo, da haben wir einen guten Freund Das ist der Banger Rebellieren Hier, XDoncamora Ein ganz guter Freund von mir Den kenn ich schon lange Mit dem hab ich schon GTA 4 gezockt Richtig cooler Typ Mackieman ist in meinem Moinkland drin FreeWoodie25 Jo Mann, hau rein X, X, Lars, X, X Nummer 1 Cooler Typ, muss ich sagen Und der hat schon ne Mob gerissen Ich, ich, ja, wir waren auf der MapDome, Leute Und ja, ich weiß Auf der MapDome Er hat gesnipet Ich hab gesnipet Ihr wisst, was da rauskommt Er, ne Mob Und ich, Versager So, gut Jetzt gucken wir nochmal Wo wir einen ganz besonderen YouTuber haben Oder besser gesagt Nicht ein ganz besonderer YouTuber Sondern zwei ganz besondere YouTuber So, ich weiß jetzt nicht Wer sich hier alles erkennt Ich hoffe ein paar Da ist Marius und Marc 1904 Die machen richtig coole Videos Muss ich sagen Und, ähm Bringen jetzt zur Zeit auch wieder neue Videos Was mich natürlich auf jeden Fall freut Ganz, ganz coole Typen Marius und Marc Zwei Brüder Ein Kanal Richtig geil Checker Marvel ist da Gamer Zocker Und da ist jemand seit 39 Tagen offline Das heißt Ach, warte Den werde ich auf jeden Fall nachher löschen Weil wer länger als 30 Tage bei mir offline ist Der ist draußen Somit sage ich Ciao, Leute Und ich hoffe Dieses Special PSN-Freundeslisten-Video Hat euch gefallen Wenn ja Dann freut mich das Und haut auf jeden Fall rein, Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal